Hallo liebe Freundinnen und Freunde der HSK Show. Hier ist der Atelier und hier ist der Harald und wir wollen euch ganz kurz erzählen, was es am nächsten Freitag in unserem HSK Special zu sehen und auch zum Mitnehmen geben wird. Ja, wir haben wie gesagt der Spanfängel-Roulade, der wird hier draußen auf offene Feuer gemacht und Kartoffeln in Glut und Asche gekocht. Praktisch das Kartoffeln wirklich ins Feuer rein, so wie vor tausend von Jahren gemacht und da wird mit Quark mit fermentierten Walnüssen drin, eine Prise Kaffees noch drin, ein Tomaten-Kompott wird noch dabei als etwas Süßes und ein Giersch-Pesto. Und das gibt es erstmals to go. Dafür wäre es wichtig, wenn die Leute vorbestellen. Ja, weil wir haben wie gesagt begrenzt bei Corona bei ungefähr 30 Portionen. Wer kommt zuerst mal zuerst, genau. Und deshalb, wir werden eine Voranmeldung einmischen. Wenn ihr etwas vorbestellen wollt und was es ansonsten noch zu sehen gibt, das seht ihr in unserem kurzen Video, was wir jetzt einsehen. ... Musik Schaltet ein, lasst euch überraschen, schaltet ein, lasst euch überraschen, tschau.